Musik Heyo Leute, herzlich willkommen zu Lucky Rush mit dem Storm! Heyo Leute! Wir testen heute die Chaos-Flow-Lucky-Blocks. Leute, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Für den lieben Ersteller. Ich glaube, der freut sich auch mega mehr. Ich packe den Download-Link in die Beschreibung. Und wir testen die jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt eine Folge für mich auf. Und dann nehmen wir noch eine Folge für den Storm auf. Das heißt, checkt alle Storm ab. Der macht auch Lucky Block Videos. Wir hauen jetzt rein mit saftigen Lucky Blocks, würde ich sagen. Oh, ich habe Checkers bekommen. Ja, okay. Ich habe direkt ein Monster. Ja, was es zu wissen gibt an die Zuschauer, die basieren auf die Hypnosis-Lucky-Blocks. Das heißt, es kommen deswegen auch teilweise Hypnosis-Drops dabei raus. Aber ist ja auch halb so wild. Okay, ich habe hier ein Schwert bekommen. Das Arrival-Schwert! Oh mein Gott, ich habe das Arrival-Schwert mit Sharpness Enchantment Level 34. Das heißt, 34 Attack Damage. Das ist eines der sechs Chaos-Schwerter. Oh Mann, welche gibt es denn noch? Leute, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welche Chaos-Schwerter es noch gibt. Alter, das ist heftig. Dieses Schwert hier ist aus den Hypnosis-Lucky-Blocks. So, und oh, jetzt haben wir hier ganz viele Pfeile. Und noch mehr Pfeile. Oh, ich habe schon mal Star-Rum. Hör, was ist das? Blue King Sword, das ist nicht von Chaos-Flow, glaube ich. Das ist auch von den Hypnosis. Und ja, ich würde mal sagen, Leute, ihr wisst, was ich jetzt tue. Ihr wisst es genau. Nein, Creeper! Creeper, Creeper, ganz böse Creeper. So, nö, finde ich nicht böse. Finde ich nicht böse. Alles gut, ich liebe euch, Creeper. Oh Mann, also, nachdem ich das Schwert gesehen habe, bin mir ziemlich sicher, dass diese Blöcke eigentlich ziemlich witzig sein können. Hast du schon einen guten Staff, lieber Storm? Ja, doch. Das sieht aber noch besser aus. Nehmen wir das mal. Storm, sag bitte, du hast nichts Gutes. Das geht. Das ist interessant, aber ob das jetzt gut ist, weiß ich noch nicht. Oh nein. Was ist das? Das Magic Dragon Sword, das ist, glaube ich, nicht von Chaos-Flow. Da kam gerade gar nichts raus. Das nehmen wir mit. Was ist hier schon wieder? Was ist das? Ach, Hypnosis Legends. Killer Knife, alles klar. Damit machen kann, weiß ich noch nicht. Das Lizard Sword, dann haben wir hier wieder was. Was ist das? Oh, das ist ein besseres. Was? Ach so, für, für. Oh, nee, das ist mein ganzes Inventar voll damit. Das nehmen wir so mit. Ähm, geil. Danke dafür. Ach, er ist schon in der Mitte. Klasse. Oh je. Ist das der böse Bogen? Ist er das? Okay, ich krieg hier, ich krieg hier, glaube ich, gar kein Stuff von den Chaos-Flow. Ah doch, ich hab nochmal das Arrival Sword. Das sieht doch gut aus. Das jetzt schon wieder? Okay, das brauchen wir alles nicht. Sag mal, aus dem Plus 100 kommt nur Schrott raus. Da waren die normalen besser. Obwohl, was könnte das hier sein? Das Genesis Schwert? Alles klar von, äh, hier von Chaos und Minecraft Genesis, glaube ich. Also, ey. Okay, Leute. Ich glaub, wir haben einen neuen Favorit, dass ihr macht 34, dass ihr macht 44 Attack Damage. Alles klar. Bist du zufrieden mit deinem Stuff? Äh. Okay. Ich hab auf jeden Fall noch kein sonderlich heftiges Schwert. Ich hab eins, das heißt, I hate Creepers. Okay. Dann hier eine Höhle. Das, das ist, glaube ich, jetzt hab ich dreimal schon das, ah, nee, das ist nicht, das, äh, warte mal. Dann mal weg hier. Soll ich auch mal irgendwie... Was? Hier immer Bögen getroppt werden. Das kenn ich gar nicht. Generation. 444 Attack Damage. Nein, da ist eins runtergefallen. Hä? Alter, wie geil ist das denn? Ich hab dann noch mal das mit I hate Creepers. Da ist ne verzauberte Rüstung. Die Golems Leggings. Die zieh ich an. Bist du zufrieden mit deinem Stuff? Äh. An Lissatelm. Ziehen wir mal an. No. Das ist cool. Okay, was ist das? Schau mal hier noch so. Was können wir wegschmeißen? Scheiß auf das Teil. Das ist nur Kostümdings. Die Dinger sind nicht. Weiß nicht. Oh, was? Oh nein, jetzt hab ich den Bogen weg. Was? Das Utopia Sword mit 54 Attack Damage. Nice. Schlecht. Schlecht. Das ist schlecht. Das ist das, was wir schon haben. Echt. Und hier sind noch Diamanthose. Schlecht. Was? Okay, Blast Protection. Ein. Alter, Leute. Ich hab da ne geniale Idee. Jetzt sehen wir das mal kurz, nur kurz an. So. Oh, was ist das denn? Ich hab da jetzt nämlich ne Idee. Also, ich probier das jetzt mal, Leute. Wo ich damit machen kann, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Blast Protection. Oh, ne. Blast Protection. Und er braucht sich der erst mal mit TNT da. Ja, ja, ja. Oh Mann, Creeper explodiert auch. Wow. Verdammt. Okay, ich bekomme trotzdem viel Schaden. Das heißt, ja, okay. Ja, ich wollte unbedingt was testen, aber ja, ist okay. Hier, Blast Protection 100. Da dachte ich, ich krieg gar keinen Explosionsschaden, aber dem war wohl nicht so, ne? So, Alter! Kommt auch drauf an, was das TNT hat, ne? Ja. Ich brauche jetzt erst mal wieder Blöcke. Oh, ich hab das Pimmelschwert, okay. Oh, was ist das? Lizard Chestblade. Protection 3. Sehen wir an. So. Jetzt bin ich auch noch farblich passend gekleidet. Denk mal, oh! Was ist das denn? Was hast du? Alter, ich hab Godly. Ich hab gewonnen. Was hast du? Ich hab das Melonenschwert. Wie das Melonenschwert? Es macht einfach 44.444 Damage. Dein Ernst? Hat Unbreaking und alle möglichen Verzauberungen, alle auf Level 444. Nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Aber nicht. Ich will das auch. Ich hab ein Zombie gekillt und der hat jetzt gute Rüstung gedroppt oder so. Oh ja. Wie heißt das Schwert? Wie heißt das Schwert? Das Schwert heißt Melonenschwert. Das Melonenschwert? Das Melonenschwert. Und jetzt hab ich noch ne gute Rüstung dadurch gekriegt. Weil das hat auch Looting 444. Das heißt, ich hab Mops gekillt und der hat mir einfach seine Rüstung dann gegeben. Oh, ich hab das Jungle Sword. Oh Mann. Ja, das Jungle Sword, das hatte ich auch. Das ist nicht so gut. Und jetzt hab ich noch irgendwas anderes gekriegt. Den Sonnenhammer. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Verdammt, Mann. Wenn du sagst, das Melonenschwert ist so gut, dann will ich das natürlich auch haben. Oh, oh. Alles Minus 100er. Oh, Mann. Du sagst, das ist nicht schlecht, aber es ist... Ne, das bauen wir nicht, Leute. Oh, geil. Gut. Ein paar Blöcke haben wir ja noch. Damit könnt ihr nur downgraden. Hab ich nix zum upgraden hier? Das hier? Ne. Achso, das war diese Rüserrüstung. Rüserrüstung ist schlecht. Gib mir doch auf, dieses Melonenschwert. Ich will sehen, was das kann. Alles. Einfach alles. Ein ultimatives Schwert. Das ist es nicht. Das ist von den Hypnosis. Das kenne ich nämlich. Das hier? Ja, brauchen wir nicht. Achso, das ist der Creeper-Hater. Das gibt's doch nicht, Mann. Was ist das für ein Scherz? Was? Ich hab ne Melon... Oh mein Gott, Melon-Leggings. Die ziehen wir an, Leute. Ach, die ist auch so heftig, ne? Ja, die ist extrem heftig. Vielleicht hält die ja dich sogar aus. Oh, ne. Ich hab nur noch vier. Blöcke. Oh Mann, ich hab ein Swimming-Pool. What's the problem? Nichts. Okay. Ähm, Storm. Ich hab's leider nicht bekommen. Das könnte ein durchaus großes Problem für mich sein. Ähm. Und dann zum Glück ein Bogen. So. Dann geben wir jetzt nämlich Gas. Storm. Alles fehlt bei dir? Ja, doch. Ich bin gerade so vertieft und guck mir die Items alle an. Ah. Melon-Sword soll anscheinend das Beste sein. Oh Gott. Und das hast ausgerechnet du. Das gibt's ja wohl nicht, mein Freund. Oh. Was machst du da? Mit dem Creeper schießen. Warum? Weil das der Bogen kann. Das ist aber sinnlos. Der Bogen ist witzig. So. Klar ist das sinnlos, aber das ist egal. Das macht Spaß. Hast du auch viel TNT, um dich rüberzubauen? Nö. Ich hab nicht so viel TNT. Aber ich spreng mich selbst in die Luft. Das ist ja auch richtig. Das sind Monstern. So. Jetzt hab ich nichts mehr zum Aufwerten. Nichts. Nichts. Wie viel Schaden hat es gemacht? Gar nicht. Wie? Gar nichts. Ja. Gar nichts. In Ernst? Ja. Was war das denn? Oh, du bist One-Hit. Das ist cool. Oh. Alter. Du bist glaube ich auch One-Hit. Du hast meine ganze Rüstung zerstört. Nice. Komplett. Ey, du musst mir nachher dieses Melonenschwert zeigen. Das ist ziemlich nice. Du hast alles zerstört. Ey, ist das sogar stärker als Illuminati? Nee. Alter. Illuminati ist stärker. Okay. Okay, das ist krass. Alter, es explodiert halt jedes Mal. Hä? Oh, ich hab noch nie irgendwas anderes. Achso, das ist das Lizards-Wort. What the fuck? Fuck. Storm, Alter. So ein Lacker. O-M-G. Ja, wenn du das jetzt machst, dann... Du Trottel. Oh. Du bist halt ein richtiger Trottel. Ich hab was mit was... Einen TNT-Weg sprengen. Alles klar. Sag mal. Also, der Intelligenteste bist du nicht, ne? Nee, das war der Bogen. Ja, warum schießt du auch mit nem TNT-Bogen auf mich? Während ich auf nem TNT-Weg bin. Diese Logik hab ich bei Max auch nie verstanden. Weil ich's kann? Nee. Wizard gerade weg. Nein. Aber ich muss den... Den Nether Star haben. Du hast keine Workbench. Ich weiß. Ja, also, was bringt dir dann der Nether Star? Ich will ihn dir nicht geben. Hä? Ich hab doch auch keine Workbench. Du könntest schon längst bei mir in der Base sein. Das ist ja bewusst. Ey, Mann. Ha! Ach, jetzt baut er sich über. Nee. Nee, dann soll er halt mal schön meine Wolle suchen. Mein Gott. Du hast meine Wolle suchen. Ja. Aber das Ding ist, du one-hittest mich sowieso. Oh, gut, ich one-hitte dich auch, ne? Genau, wir one-hitten uns gegenseitig. Ich bin am Jumpen, am Brennen und es funktioniert einfach nicht. Oh mein Gott. Was hast du da wieder für eine Base gebaut, ne? Eine schöne. Ich werde was wieder irgendwo so ein Doppeljump eingebaut. Dann bring ich dich um. Ich hasse das. Hab ich doch. Ein Wöllchen jagen. Wo ist deine Wolle? Sag mal, das gibt's doch nicht. Alter, wo hast du deine Wolle versteckt? Ja, scheinbar gut, wenn du sie nicht findest. Gut, die Ecke ist clear. Das gibt's doch nicht. Boah, jetzt bin ich fast runtergefallen. Schade. Hä? Ich hab überall geguckt, gell? Was ist die, deine Wolle ist weg? Ja, wo ist deine? Komm ich da nicht hoch? Ja. Was, ey? Was hast du für eine Base gebaut? Die ist hässlich. Ja. Ich frag mich gerade die ganze Zeit, wo deine scheiß Wolle ist. Hoffentlich noch so gut versteckt, dass du sie nicht findest, während ich gerade wieder zurückkomme. Ja, ich hab keine Ahnung, wo die sein soll. Ich hab überall geguckt. Töte dich eben kurz. Dann haben wir das Problem erledigt. Ja, wow. Verpiss dich, Storm. Lass mich noch ein bisschen suchen. Nein. Hä, es ergibt halt echt keinen Sinn. Ich hab überall geguckt. Los, Bosti, komm her. Tja. Ich hab einen Arsch. Tja. Tja. Es war ohne Scheiß. Was soll ich machen? Es blieb mir nichts anderes übrig, als das zu tun. Ich weiß jetzt zwar, wo deine Wolle ist, aber... Hast du sie gesehen? Ja, ja, aber... Oh, oh, fuck. Oh, yo. Er hat sich selber abgebloat. Ja, wow. Pff. Nein. Dieser blöde Wizard. Dieser Bogen ist scheiße. Ja, warum benutzt du ihn auch? Wenn ich's kann. Vielleicht bringt er dich auch noch weg. Dann zählt das mein Kill. Nö. Na doch. Ah, da bist du ja auch scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ja, ja. Da war ich der Wizard nochmal gekillt hat. Oh, Mann. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie man an deine Wolle rankommt. Zack, zwei. Ich hab sie gesehen beim Runterfallen. Ah, Tj auf jeden Fall hat Storm. Leute, und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben. Och, lol. Ganz einfach eigentlich. Ja, genau. Einfach hier draufstellen. Oh, nein. Oh, nee. Ich seh dich nicht. Ja, ich bin Game of 3. Ähm, drop mal bitte dein Melonenschwert. Das würde ich gerne mal sehen. Da. Alter. Ne? Einfach nur nice. Alter, Leute. Alter. Lasst auf jeden Fall für den Ersteller und für diese geile Folge einen Daumen nach oben da, Leute. Ich würde mich freuen. Schaffen wir 5000 Likes und schaffen wir bei Storm die 5000 Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Out rein und Tschüss. Tschüss.